Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Haferflocken. Das High-End-Produkt in unserem Haferflocken-Test geht an die Alnatura Haferflocken. Die Demter Bio 5 Kornflocken bestehen aus Weizenvollkornflocken, Gerstenvollkornflocken, Hafervollkornflocken, Roggenvollkornflocken und Reisvollkornflocken. Alle Zutaten stammen aus biodynamischen Landbau. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Wacker Haferflocken. Hochwertiger Bio-Hafer wird angekeimt und anschließend schonend getrocknet und geflockt. Durch das Ankeimen verändert sich die Nährstoffzusammensetzung im Korn. Nutze den wertvollen Keimprozess und genieße diese leckeren gekeimten Haferflocken. Empfohlen von Sabine Wacker. Sie ist die führende Expertin für basische Ernährung und Autorin von über 30 Büchern zum Thema. Bereits 1997 begründete sie die Methode Basenfasten und 2002 veröffentlichte sie das erste Buch Gesundheitserlebnis Basenfasten. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Haferflocken-Test ist das Alnatura Haferfeinglatt. Die Bio-Haferflocken-Kleinblatt von Alnatura eignen sich ideal zum Frühstück oder als Ergänzung zu feinem Brei. Wichtige Nährstoffe bleiben aufgrund des Dämpfungs- und Walzungsvorgangs erhalten. Wenn dir das Video gefallen hat würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.